Das Schöne an der ganzen Entwicklung, Equipment ist so billig geworden, besonders weil eigentlich der Rechner alles erledigen kann, was ein externes Equipment auch erledigen kann. Das heißt, es ist für jeden zugänglich, jeder kann alles machen und dann kommt es nämlich wieder zum Kern der Sache, dass es der Mensch, der das Gerät bedient, entscheidend ist, die Vision, die kreative Idee entscheidend ist und nicht, ob er jetzt genügend Geld hat, sich das Equipment A oder B zu kaufen. Bis zum nächsten Mal.